hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen spiele vorstelle bei uns hier auf unserem kanal sofort und gleich youtube wir haben wieder mal ein puzzelspiel und zwar nennt sich das ganze hexio und das möchte ich euch mal präsentieren ist auch neu rausgekommen gucken wir mal ganz kurz wie das ganze problem also zwei connecting den uns also es wird jetzt ganz schwer das habe ich jetzt gerade noch hingekriegt dann schauen wir jetzt nächstes so okay ist natürlich jetzt am anfang noch unspektakulär und jetzt ah jetzt fängt es an jetzt muss ich hier um dieses ding da herum und dann dein alles noch mal was ist jetzt falsch richtig das fehlt noch was was so jetzt verstehe ich deswegen hat ja ich muss einmal einmal so rum und dann noch einmal direkt verbinden jetzt habe ich es gab jetzt hat es der gleiche auch verstanden das weiß ich muss einmal da oben rum und dann da unten rum und dann so jetzt geht doch was von und die müssen mit without cutting any connection lines so also zwei stück von dort aus drei stück und jetzt wird es ein bisschen komplizierter muss ich sagen also erst mal vier stück also 123 wir fangen an mit dem vierer so jetzt habe ich noch mal so jetzt habe ich jetzt habe ich mich jetzt habe ich das und dann ja und dann das noch so okay vier stück 4 ok also 1 2 3 4 1 2 ok zwei stück da komme ich ja nicht direkt rum das heißt muss den einmal so umziehen einmal so um sie alles klar ich kann nur ein einziges heißt wir machen den erst mal so und so und dann so gut es muss ja mit drei stück verbunden haben bedeutet also den dahin der braucht zwei 1 2 2 2 3 Vielen Dank. 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 What the fuck? Okay. So, warte mal. Hier höre ich was? Über dir sag ich gar nicht. Echt? Ja. Okay. Was? Ja. 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 Ich habe ein Problem. Ja. 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 richtig und jetzt und dann kannst du mit dem hier mit dem welchen leben aber genau ich kann was das so machen jetzt haben wir es genau und jetzt das so jetzt haben wir es dankeschön also vorkus davon gekommen ist jetzt ein klein wenig peinlich muss ich ganz ehrlich zugeben aber ich mache jetzt mal so und noch jetzt mal so ja dann mache ich jetzt mal so manchmal so so und so und so und so und so habe ich schon mal die vier da oben da kannst du die mit dem verbinden jetzt muss ich ich muss jetzt um diese ganzen dinge hier kommen ich muss jetzt die ganzen dinge hier irgendwie herum kommen muss zweimal ja musst du ja das geht ja das geht macaroni und jetzt kann ich den direkt miteinander verknüpfen richtig gleich hat man schneidchen vier stück das ist eigentlich einfach hier 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 das ist ja noch ein bisschen einfaches das heißt das ist so er will einfach nur zeigen dass man den einen mit beiden farben verknüpfen so also jetzt haben wir einmal den da und dann kannst du den da kommt nehmen dann muss ich darunter ja genau und den da mit dem den da mit dem und den da kannst du damit sehen und jetzt kannst du noch den roten ja genau funktioniert wunderbar hervorragend level 20 ich mag es gerade ja ich bin sehr überrascht also das geht schon mal einfach das genau der und mit dem nein stopp fehler 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 absoluter fehler das rote mit dem verbinden das rote muss genau und dann kannst du nämlich was du mich noch 1 2 3 du musst noch ich muss noch das geht aber so nicht ja wenn du einst du hast du musst drei verbindungen ich kann ja das herrn hier geht ja aber du musst hier unten guck mal du kannst vergleichten was so dem mit dem dem mit dem so ich gibt es jetzt mal ich mach du mal dann gerade mal restart und dann versucht du mal gerade ich guck dir jetzt mal kurz einen moment lang zu so spannend was der herr so vor Ort daraus macht so weil jetzt jetzt bin ich gespannt weil du musst diese punkte ja auch benutzen ja die punkte müssen benutzen die müssen immer und die bänder dürfen sich nicht überschneiden und da fangen jetzt die probleme an die bände dürfen sich nicht überschneiden weil wenn die sich überschneiden das hatten wir vorhin gehabt dann ja dann hast du das problem dass das letzte band wieder verschwindet so und jetzt haben wir ein problem so jetzt geht es so bin ich mir nicht sicher aber es kann geht eigentlich ja doch es ging anders aber es geht mir geht nicht anders das muss eigentlich so sein so und jetzt haben wir nämlich ein problem die dürfen sich die kannst ja probieren probier mal was passiert dann verschwindet nämlich das letzte was du gesetzt hast auch kommen ja genau so also du merkst es ist das ist nicht ganz so einfach jetzt jetzt die 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 Warum das wär gegangen, ne? Da ist ja auf die Eins gekommen. Du musst nur ganz hinziehen, ja. Und da kommst du nicht hin. Hä? Hä? Ne! Ach der andere Punkt? Ja, der andere Punkt fehlt dir noch. Wie kannst du die? Wie hast du das jetzt gemacht? Hä? Hä? Ä? Hä? 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 gemacht. Scheiße, wenn man sich nichts merken kann. Ich weiß es nicht mehr. Das sah ja eigentlich fast gut aus, was es eben gerade gab. Das ist also fast. Ach so, hast du es verknüpft, genau. Scheiße, die 1, die rechte 1 darfst du nicht verknüpfen mit der 0 da unten. Die rechte 1? Die darfst du nicht damit verknüpfen. So. Wie du siehst, weil sonst findest du ihn jetzt nicht. Okay. Okay. I'm impressed, baby. Ich nutze die beiden Punkte. Das ist so ätzend, dass ich den beiden kommt. Geh nach vorne. Ja, kommst du nicht von oben direkt hin. Ach nee, du musst ja den direkt hin. Ja, stimmt. Warte mal. Was? Wenn man den Punkt hier nimmt und den da rüber geht. Warte geht's. Guck mal, geht das nicht. Ah nee, hier kommen wir ja nicht rüber. Das geht auch nicht. Ich habe eine Idee, glaube ich. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, was? Du kannst doch auch mit Sicherheit diesen dicken Fetten des Quadrat kannst du doch mit Sicherheit auch als Punkt quasi benutzen, oder? Ja. Wenn du daran vorbeiziehst, oder? Ja. Zieh mal rum. Geht nicht? Nein? Nein. Scheiße. Ich hatte gedacht. So, die Zuschauer, die denken sich jetzt schon, oh mein Gott, das hätte ich schon vor zehn Minuten gelöst. Seid ihr schlecht. Du hast ja keinen mehr frei. Wie hast du gerade irgendwas damit verknüpft? Also, der rote muss auf jeden Fall da hinten über die Ecke glauben zu dem. Aber wie kommst du jetzt zu den anderen? Hahaha. Scheiße. Ja, ja, aber du... Ach so, nee. Nananananananana... Was? Ist das crazy, Mann? Ist das crazy? Das gibt's doch überhaupt. What the hell? Wir sagen, das muss auf jeden Fall damit kommen. Also, wenn du aufgibst, dann sag mir Bescheid. Ich mach grad noch hier so meine Daily... Kämpfchen... So... Ich hatte doch das wollte ich raus haben. Das wollte ich raus haben. Das wollte ich raus haben. Das. Und, kriegst du es hin? Und, kriegst du es hin? Theoretisch kannst du unten auch einen Hint benutzen, ne? Toll. Ja, jetzt ist es ja einfach. Was, 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 was jetzt so einfach? Einfach die 2 mit der 1 verbinden? Einmal so, oder? Äh? Jetzt ist es doch einfach. Kann ich mir so sein. Äh? 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 Machen wir denn was? Äh, ja, mach halt noch einen. Äh? Äh? Gib mal her das Ding da nochmal, oder? Willst du es selber weiter probieren, ne? Probier weiter. Ich mach nochmal einen Tipp. Ja, wenn du mir jetzt alle Tipps verballerst... Ah! Ah! Jetzt hör... Nein! Nein, 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 nein... Du, musst, eigentlich, eigentlich musst du den, den... Guck mal! Eigentlich muss die linke 1 jetzt, theoretisch, über den Knopf da oben mit der Null unten verbunden werden. Die null darf eigentlich nicht mit der rechten 1 verknüpft sein. Glaub ich. Oder? Verstehst du, was ich meine? Ja? Nein? Und... Äh? Wieso, was war denn jetzt die Lange? muss man noch mal eine wiederholung anbieten jetzt haben wir noch einen einzigen alles verballert an einem einzigen level toll tolle wurst super vielen dank also vor nichts zu sagen ich bin sehr sehr happy dass sie mir die ganzen hinzweck nehmen ich merke es ich habe auch danke schön jetzt habe ich gar kein hint mehr sind sie alle weg haben sie sehr gut gemacht haben sie sehr ich weiß es nicht ob es überhaupt jemals wieder hinzgeben wird ich habe keine ahnung super gemacht her sofort super es geht kaum besser her sofort ja das funktioniert noch funktioniert darf ich dann auch nein was soll das ok jetzt kommst du bei den anderen oben nicht mehr ran also nur noch mal zum zum hinweis für alle das ist jetzt herr sofort doch das bekomme ich ja wieso sagst du sie wieder nicht weiß ich habe jetzt ach komm mach also jetzt muss ich jetzt musste olle gleich wieder dran so vier stück aber das macht ja auch nichts und das ist schon mal der eine und den anderen zieht auch so schritt 1 sieht gut aus jetzt macht es ja nur noch sind wenn ich den so und so und so verknüpfen richtig so 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 richtig nein so 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 und das muss ich mit dem selbst verknüpfen geht das überhaupt und das muss auch richtig sein es geht mir dann ist er und auch das hier muss richtig sein es geht mir dann ist er und auch das hier das hier muss auch so sein genau 1 1 2 vor allem ich muss zwei rote ich habe es nicht ich habe es nicht man merkt es ist spät ich habe es ich habe es ich habe es man merkt es ist spät wir lachen immer alles 1 1 2 was ich habe alles so als geklärt wirangen ein ganz kurzen einsatz wenn du das jetzt verkackst dann bueno die leute in die kommentare schreiben hashtag gleich ist der ich kann mir eine werbung anschauen dafür so also jetzt was man auch pass mal also ich habe drei rote da drei rote da zwei rote das ist schon mal 55 rote 5 rot die irgendwie mit rot verknüpft werden müssen mit rot grün da war ich zwei separat die irgendwie mit grün verknüpft werden müssen was es ja nicht mehr gibt es gibt es ja nur mit rot grün so bedeutet also ich fange also das hier muss eigentlich so sein das ist schon mal das muss so sein leute gibt er mir recht oder das kann nicht anders sein das muss so sein oder nicht so also wenn das so ist dann jetzt passt auf jetzt habe ich noch ein und der muss auch so sein das kann ja gar nicht anders oder so leute also jetzt passiert jetzt wenn ich jetzt den den muss ich eigentlich das so drum oder kann auch nicht anders oder oder bin ich jetzt das geht ja leider irgendwie nicht das heißt ich habe scheiße gebaut weil der grüne hätte hier direkt verknüpft werden müssen und der rote hätte ich den entstand so drüber ziehen müssen so so jetzt kann ich den dahin ziehen ja jetzt leck mich aber warte mal moment bevor du das weg macht man sieht jetzt wird was man was verknüpfen muss du musst das rot mit dem rot grün weil dann ergibt er gibt zur form weiß ich mal da gibt ja immer form zum schluss bei dem ding jetzt wissen wir auch schon was du da warst du bei der nächsten runde mit was verbinden muss das muss ich weiß gar nichts doch da kommt wo denn das hier muss mit dem verbinden damit zu formen gibt er gibt jedes mal eine form du nimmst die eis und ziehst sie dann auch machen in der nächsten runde ich weiß dann gar nicht mehr wie ich angefangen habe wenn ich das jetzt weg macht ist alles was ist aus meinem hirn gelöscht so wenn ich das jetzt so macht man falsch weil ein blog ist mache jetzt nicht da halt wird so lasst euch das mal von dem alten gleich gesagt sein so wird sagen so und jetzt du weißt scheit du weißt scheit schmeckt grad voll du hast grad voll truf sehe schon das machst du was machst du da eigentlich ich merke schon du hast grad voll den plan kann dem mal jemand plan wieder bringen den hat er nämlich gerade verloren sehe gar nicht so schlecht aus wenn da hinten nicht die zwei werden alleine für sich mit sich selbst zu dir verknüpft werden muss so also jetzt was man ist ist das kann ich mir nicht mit an ja komm so macht das ganze ja keinen sinn was du da tust nicht äh oh was hab ich denn jetzt gelöscht alles andere gelöscht diese drei geht mir auf die egal ja das ist gar nicht so schlecht ist gar nicht so schlecht die 2 da unten mit der 2 da oben ja also wieder nein mit der 2 direkt darüber zieht es nochmal quer über die 3 zu der 2 von links nach rechts so jetzt die 2 da und jetzt kannst du die unten über das ding da verknüpfen oder mit der 1 rechts nein jetzt löscht es schon wieder du kannst ja gerade gar mit der 1 so und jetzt da unten drunter ja und dann zu der 1 rechts rechts wo es rechts bei dir rechts da jetzt musst du die 1 noch mit der 2 über die über den ding über das ding über das ding über ja jetzt natürlich geht es jetzt nicht mehr weil das jetzt schon alles sehr gesetzt hast richtig zu machen und jetzt noch gibt es mal her übrigens leute er gleich hat es nicht geschafft was 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 habe ich nicht geschafft gehen wir mal her das ding da jetzt hey guck mal wie verzögert du musst ja jetzt wird guck mal wie verzögert ja 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 so also jetzt musste der olle gleich muss nochmal rein ja genau ich mach das jetzt mal so der olle gleich muss rein weil er es nicht hinbekommt so 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 also das ist so wo ist jetzt wie kann ein grünes hatte ich jetzt zu viel normal ein grünes hatte ich das hat müssen nochmal den da 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 so du hast schon wieder komplett anders als ich ich weiß ich weiß auch dass es scheiße ist was ich gemacht habe den da 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 ich mach es doch genau wieder verkehrt so wie eben gerade auch den da hoch die 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 jahre wirklich ja wie solchen die solchen es sind jetzt habe ich es aber gucke mal so muss das ding aus sehen so muss es aussehen so leute jetzt haben wir die 21 geschafft wir haben keine hinz mehr auf jeden fall ein super interessantes spiel also mal die kleinen grauen zellen neben dem ganzen rumgeballer und allen möglichen krims krams mal wieder auf vordermann zu kommen ja leute wer spielt denn für euch fort das geht ja gar nicht das ist schön das ist total gefährlich für die kinder ja nicht ja ich sehe das vollkommen genau heute ist einfach erwachsen und spiel das selbst wer wer wann wann wo ich habe ja niemanden was denn niemand ich habe ich das video kann ich mich ja überlegen davon ist ja das ist ja was doch